So Leute und willkommen zu Pokémon Feuergrüne Edition. Wir sind hier in der Frostbohlen-Siedlung, so hieß die Stadt. Und wir suchen ja nach einem Arena-Leiter, der hier irgendwo wohl stehen soll. An den Säulen wahrscheinlich. Sag mal, an was erinnert dich diese Säule? An eine Felsen? Felsen nennt ihr das also heute. Die Jugend hat immer so schöne Umschreibungen dafür. Wofür? Äh, na du weißt schon. Zeremonienstab und so. Ich weiß nicht, was sie meinen. Aber natürlich nicht. Hihihi. Oh Gott. Ähm, entschuldige meine Großmutter, sie scheint nie aus der Pubertät gekommen zu sein. Merkt man. Was haben wir hier? Da kommt noch ein Eingang wahrscheinlich hin oder so. So sieht das wie jetzt ein bisschen auffällig. Bist du für eine? Hey, ich bin die Arena-Leiterin. Im Moment kann ich leider nicht gegen dich kämpfen. Wie bitte? Du bist die Arena-Leiterin? Aber du bist nur noch ein Kind. Man darf doch erst mit zehn alleine um die Welt reisen. Bis dahin muss ich hier in dieser Siedlung bleiben und die Arena-Leiterin spielen. Okay, komm, los, wir kämpfen. Ich sag doch schon, dass das im Moment nicht geht. Es ist viel zu kalt. Wir sind auf dem Berg eines, äh, wir sind auf dem Gipfel eines Berges. Was erwartest du? Äh, siehst du diese Säulen hier? Um sie herum ist es richtig warm. Sag halt, ja, jetzt diese tropischen Pflanzen wachsen hier. Leider hat die Wärmewirkung aber nachgelassen. Früher war die ganze Siedlung richtig angenehm warm. Jetzt nur noch diese Säulen hier herum. Hm, geh doch bitte in die Höhlen und suche nach einem Grund. Achso, das sagt die zu mir. Wenn du die Wärmewirkung wieder herstellst, können wir gerne kämpfen. Hier, das wird dir helfen. Zertrümmerer. Äh, ich hab doch noch gar nichts gesagt, ob ich dir helfen möchte. Egal. Äh, das hab ich jetzt beschlossen. Du hilfst uns, Punkt. Einen dafür sollte ich in Ordnung bekommen. Hm, das hältst du wohl... Äh, was? Das hättest du begleitet, was? Nein, ich werde nicht zurück in den Markt gehen. Es ist viel zu kalt dort. Aber ich brauche doch Tränker-Pokebälle. Dann bediene ich einfach selbst und leg das Geld auf den Tresen. Was? Geil! Oh, wo ist der Markt? Ich muss da hin! Gratis-Pokebolds! Hallo? Oh, kann ich nicht. Schade, es geht nicht. Mann, ich wollte da einfach hingehen und alles klauen. Ich bin der Dieb. Yeah. Sind noch Leute hier drin? Vielleicht so die Frostkleule oder so? Nein, hier ist nix. Schade, hier ist keiner. Okay, wir gehen mal in die Höhle und gucken, was da abgeht. Aber vorher brauchen wir Zertrümmerer. Wo das Zer nicht Geld geklaut wurde. Schneepika? Versuchst du es zu erlernen? Oh yeah. Für... Wiederaufbauen. Machen wir das. Machen wir wiederaufbauen weg, wa? Das war schon ein Signature-Move von dem Ding, aber hey, yo. Das brauchen wir nicht. So, weiter nach unten hier. In der guten Höhle. Bin gespannt, was es hier geben soll. Braucht ich bestimmt Zertrümmerer oder so, oder? Top-Trunk. Wow, Top-Sache. Also, da hätten wir auch schon eher reingehen können hier in die ganzen Sachen, ne? Hä? Warum brauche ich da Zerschneider in der Höhle? Wie random ist das, bitteschön? Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Was? So... Wieso steht hier ein Busch? Hä? Hast du ein Problem mit meinem Aussehen? Ist dir ein Felsen lieber, oder was? Hä? Lol. Äh, nein. Äh, boah, du verdammter Cheater. Los, hol dir zwei Orden und ich lasse dich nicht zertrümmern. Hä? Also, brauche ich zwei Orden, um Vertrümmerer einsetzen zu können, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Du zahlbe Zug, ey. Also, das ist ja der dritte Orden, oder wie kann ich das verstehen? Okay, dann gehen wir wieder. Ja, wenn wir hier nicht erwünscht sind, dann gehen wir einfach. So ist das, so einfach. Fetia City, komm, wir gehen. So, Polizei, lassen wir mich hier auch noch durch hier? Ja, klar, die haben jetzt kein Problem mit mir, mit meinem Zauberchillock, oder was? Ist ja chillig. Hallo, Police! Tut mir leid, aber hier ist gesperrt. Ähm, es wurden diese Organisation drei Pokémon, ein sowie ein Zer gestohlen. Was? Organisation? Es wurden diese Organisation drei Pokémon. Achso, wer war das bloß? Oh, tut mir leid. Oh, ich war's nicht. Okay. Ah, wo ist hier die Arena? Gab's hier auch eine Arena? Weiß ich jetzt gar nicht. Dam, 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 dam. Die Musik ist aber geil hier. Gefällt mir sehr. Hier vielleicht? Hier kommt man noch nie rein, ne? Nee. Hm. Okay, dann ist hier wohl nix. Dann fliegen wir woanders hin mit Taubsee. Wo können wir denn hin? Gehen wir da hin? Ich weiß nicht, ob da was war. Doch, klar, hier war eine Arena. Ich bin mir sehr sicher eigentlich. Port Crosan. Ich glaube schon. Doch, klar, hier. Hallo. Ja, klar, wir können hier rein. Geil. Okay. Ziemlich strange sieht hier aus. Und rein da. Wuuu. Wuuu. Oh. Entschuldigung. Was ist hier? Ein Springrätsel. Oh, klasse. Du hast mich ja getrollt hier. Uuuu. Klasse. Und da ist kein Arenenleiter hinter. Wollen wir mich verarschen? Ist ja echt keiner. Was mache ich denn hier? Schalter. Zack. Ja, klasse. Also ich verstehe das nicht allzu ganz. Warum ist da kein Arenenleiter? Wer soll ich den Magamala fragen, ne? Vielleicht sagt er mir ja irgendwas. Hallo? Hey, eigentlich soll ich Tipps geben. Aber ich weiß selber nicht, wie man hier weiterkommt. Oh, klasse. Du bist doch ein Held. Alles klar, gehen wir hier weiter. Und sprechen die Statue an. Irgendwas hat sich aufgetan wohl. Okay. Gucken wir mal, wo und was und wie und warum. Hier vielleicht irgendwas. Gucken wir mal. Wippie. Ui, 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 ui. Okay, wie mache ich das am besten jetzt? Da komme ich nach oben, da komme ich raus. Also muss ich den hier hinnehmen. Okay. I got this. I got this, man. Wie komme ich... Oh, ich bin so doof. Ich bin so doof! Yes, I'm so doof! Oh no, ich bin so doof. Ich bin doppelt so doof, wie ich doof bin. Also, da gibt es Sims legit. Sims legit. So. Hier lang, hier lang und hier einfach ansprechen. Genau. Bester Mann, oder... Boah, ich habe gedacht, ich werde hier jetzt wieder ganz am Anfang geschleudert, aber... Nö. Hä? War das richtig? Wupp! Okay, man. Nein, jetzt bin ich verwirrt. Oh, doch nicht. Alles klasse. Alles super. Jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Okay, wo ist jetzt die Darenleiter? Merkwürdig, wo ist der Darenleiter hin? Jetzt schenkt er mir die noch, um das wäre lame. Äh. Äh. Sieh einer mal an. Du hast das Rätsel gelöst. Ich muss gestehen, ich habe es nicht geschafft. Und das, obwohl ich der Rätsel bin. Wow! Mal sehen, ob du es im Kampf genauso gut aufnehmen kannst. Anstatt Arena. Streber schick wie Senior in den Kampf. 28, Alter. Slam. Warum ist der schneller wie ich, ey? Very strange, man. Egal. Ruck zu kippen. Mach nur. Mach nur, mach nur. Wir sehen aus Down. Homm ich kriegen gleich bei Tauboga. Homm ich kriegen wir gleich bei Level 23. Sodass wir dann ordentlich... Jawohl, ein schöner Treffer. Oh, fast one hit. Ich sollte mit was anderem angreifen. Weil ich die noch aufspannen will. Stärke! Sandwirbel. Ach. Ich treffe trotzdem. Oh, no. No, man! This is not good! Stärke. Boom! Nice, nice. Und ich glaube, ich werde heute Feuergrün zu Ende aufnehmen. Ten Tox da. Ach, mach nur. Wir machen mal weiter Stärke. Obwohl, wir haben jetzt ganz schön viele Dings abbekommen, ne? Äh, okay, wir treffen trotzdem. Sehr, sehr interesting. Ich wechsle trotzdem auf. Auf! Ratten Karl! Redetatis... Fadder! Redetatis Fadder! Barriere, oh no. Das is not good, man! We do, 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 do. Hypeazahn! Oh, macht trotzdem ganz guten Schaden. Also, war eigentlich so schlecht. Nochmal Hypeazahn. und 21 wo es könnte jetzt der kill sein noch mal die schlag war es für zwei nicht sterben schiller kommen wenn der stück ist aber vor kp ep dies das mach mal einen schein stärker lebt auch sie auf dem kamen den kampf christoph nicht laufendig items beleber ein bisschen verschwenderisch aber hey jolo gibt es ein bisschen viel schaden hat taubst nicht ganz ausgehalten nicht so ganz aber sonst fast das machen wir das ding kaputt hier alter barriere alter verteidigung wird der taubst er steigt was willst du was der lebt noch dankeschön alter wieso nicht die wii oh gott oh gott wie soll ich das denn schaffen homebrew oder homebrew auf jeden fall ist alles gestiegen wie es aussah diskwurf ach das macht doch keinen schaden hier komm geh weg homebrew oder homebrew ich weiß nicht wie es ausspricht ich glaube schon so aber wir kriegen das hin update oh nein jetzt stallt er mich aus hier er boostet sich hoch maga wie soll man das denn besiegen ohne scheiß motion plus ja geil ich treff nicht nass schweif machen wir mal was macht das neun alter willst du mich verarschen hab ich irgendwas zum pushen ne oh man ganz ehrlich das ding macht zwar kaum schaden aber dafür kann das sich wieder updaten die ganze zeit ist total lame mega lame ist das ja gleich macht er wieder ein update selber voll ja geil wow it makes fun yeah man oh my critical ey alter deine mutter warum drückst du mir jetzt ein critical ins gesicht kann ich auch mal critten warum bist du jetzt schneller eigentlich was hast du getan muss ich mal stärke machen oder so vier alter bist du mich verarschen hallo irgendwie sturzbach oder sowas als fähigkeit wird aktiv motion plus ey ja deine mutter macht motion plus maga wie soll man das ding besiegen er macht gleich einen update ja ja ganz ehrlich alter was ist das für eine scheiße gibt es hier eine speedtaste oder so aber das würde ich mir eigentlich nicht antun ey oh gott ey shophead fluch best idea ever wenn man einen auf behindert macht dann machen wir einen auf behindert zurück oh mit dünner werde ich vielleicht noch was machen können ne vielleicht aber shophead fluch best idea ever würde ich sagen motion plus mach ruhig geht das jetzt trotzdem daneben ja ja ist okay deine motion plus steuerung die war super jeder hat sie geliebt bei der wii jeder wirklich selbst ich spacken ey treffs jetzt auch mal das wäre vielleicht ganz cool dankeschön ey wir machen jetzt mal einen schönen nacht nehmen würde ich sagen einfach das würde reinhauen ja guck ich sag doch das macht super schaden jetzt einfach ich sag doch shophead macht das ding jetzt kaputt warum weil er die wii hasst er ist ein playstation fan und er ist ein sony typ und dessen wir das ding jetzt kaputt machen yeah du hast keine chance gegen uns das ultimative shophead außer jetzt update ein hey damit nee aber ach dachte ich hab die ganze Zeit keine Wirkung oh Kreides schreitern I'm so dumb so verteidigung sinkt noch einmal verteidigung sinkt das einzige was wir machen können stallen und stallen und stallen wir können nur stallen mehr können wir gerade überhaupt nicht wir können gar nix wo der denkt der Typ kann uns ja nix das ist das gute an der Sache ne wir können Abschlag ein bisschen ATK machen vielleicht aber guck mal probieren wie viel macht das jetzt jetzt mit doppelter Death runter 4 ja fast so viel wie Schicki ne das läuft bei uns so würde ich sagen können wir sonst irgendwas anderes ne wir können nur diese Moves allerdings macht schon guten Schadenfluch ganz ehrlich das läuft nochmal einmal Kreideschrei noch und wir sind schon im gelben Bereich also besser als Schillock ne also man muss nur wissen wie Abschlag jetzt vielleicht mit 10 16 einmal noch er ist down er ist down Shoppad is the sony boy of the year richtig geil alter wie er das gelöst hat Level 18 eyes der dich jetzt her hess' du dich jetzt noch für stark oder was hier den odnen angeben denn Schamm- np paydem lola lala lola lola so wie ging ist noch einmal das die Kannther dass nicht hol her ganz ehrlich lasme ich chillige sache ok ich mache versuch mal doch Blablabla zu machen Ähm, ein, 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 Turtok Das machen wir den nächsten Part, ne, das machen wir den nächsten Part Ich such die Arena mal, ein bisschen offscreen Von daher, Leute, wir fliegen auf dem Topen Taubstier Zieh mal rum Was ist das denn, Knoblauchheim? Ne, da war keine Arena Was ist hier? Seelat City vielleicht Oh, diese wunderbare Melodie Hallo, heil mal Okay Ah, wunderschön Die Schwester, natürlich, oh, ich mag Schwester Joy Komm auf meinen Schoß, meine Geliebte So, was haben wir hier jetzt? Einen komischen Markt Der komische Vogel Ach, hier ist die Arena Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter Von daher, haut rein Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Feuergrüne Edition Ja, und auf Wiedersehen Tschüss